Einen wunderschönen guten Abend meine Bad-Freunde. Ihr habt gesehen, dass ich heute schon ein Lebenszeichen von mir gegeben habe mit dem grandiosen Mario Kart Drinking Game und ja, wir sind endlich wieder ausgenüchtert und ja, ich gehe heute auf einen Wunsch der Community ein. Denn der weltbekannte, naja gut, weltbekannte jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber der Deutschlandbekannte, sage nun worum, der Apo Red, hat endlich ein neues Musikvideo draußen. Ich muss lachen, weil ich die vorher nicht so ernst genommen habe, wie ihr ja wisst, durch ein paar andere Reactions von mir. Und ich kann nur sagen, die ersten Musikvideos haben mich jetzt nicht so überzeugt, da ich einfach nicht denke, dass Apo Red ein Rapper ist. Kein Hate jetzt an der Stelle, aber er ist für mich einfach kein Rapper. Er ist kein Rapper. Aber wie ich schon erwähnte, werde ich auf Wunsch meiner Community auf dieses Video reacten. Und wir werden schauen, ob sich Apo Red vielleicht doch noch weiterentwickelt hat oder ob das immer noch genau so eine Qual ist, sich zu geben wie damals. Und das Video heißt Billo. Billo ist schon wieder so ein Begriff, der mich echt abschreckt. Nein, bitte nicht singen. Nein, bitte nicht nach dem Rappen. Bitte nicht noch singen, Dicke. Bitte nicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll. Ich kann es kaum erkennen. Redet er oder singt er? Das soll wirklich Gesang darstellen, oder? Was eigentlich mit diesem Range? Warum chillt er jetzt immer mit so einem alten Benz? Ich lebe wie ein Pillow. Mmmmh, Petro, ich weiß nicht, aus Wied oder sie auch ein Willen. Ich habe da keine Willen, auch als bei meinem Polybag über vom Grill. Mmmh, heute ist es scheinbar mit Namen, ich bleibe in den Chill. Mmmh, scheiß von dem Fählen. Ja, ich lebe wie ein Pillow. 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 Ja, an sich ist es ganz cool gemacht so. Aber hat er das nicht als Rap irgendwie deklariert? Das ist doch kein Rap. Ich sag's doch und es kommt natürlich, Alter. Alles drin, was ich an Autotune übelst feier. Nichts. Ist der Himmel bearbeitet? Das sieht so aus, ob der Himmel auf dem Bolzplatz als ob der Himmel bearbeitet ist irgendwie. Das sind doch niemals echte Bolken. Warum reaktest du sowas? Lass das dahin. Auf damit. Du bist immer noch kein Rapper. Lass das. Ich komm wieder. Ciao, ciao. Wow. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das nicht vom Hocker gehauen hat. Das hat man wahrscheinlich auch gesehen. Und wenn ich jetzt mal so mit früher vergleiche, okay, er rappt jetzt nicht mehr. Er singt jetzt, obwohl das eigentlich, glaube ich, er als Rap deklariert wurde von ihm. Aber es ist nichts, es ist nichts Besonderes. So Text, völlig langweilig, monoton, so. Dieser typische Autotune-Hype, auf den jeder aufspringen muss, so. Das geht mir einfach nur noch auf den Sack, wirklich. Es geht mir nur noch auf den Sack. Jedes Lied klingt gleich. Es ist einfach so. Sorry, es ist einfach so. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob er sich verbessert oder verschlechtert hat. Ich glaube, er ist einfach auf demselben Level geblieben, so. Das Video an sich war ganz cool gemacht, so. Was heißt cool, wäre jetzt auch nichts für mich unbedingt. Aber es war ein Video, ja, es war erst mal ein Video. Aber der Song war jetzt nichts weltbewegendes. Es war jetzt einfach nur mehr so, keine Ahnung, ich habe jetzt noch einen Song gemacht. So, noch einen Song mehr. Also wird meine Reaktion relativ knapp ausfallen, weil es einfach nicht viel zu sagen gibt zu diesem neuen Meisterwerk von ApoRed. Also mein Fazit, genau die Musik, die ich null feiere und die mich gerade auf YouTube so dermaßen ankotzt. Sorry, aber... Also bitte tut mir den Gefallen, Leute. Ich reagiere gerne auf Sachen, die ihr sehen wollt. Aber bitte, bitte, schickt mir beim nächsten Mal was besseres. Ich hasse genau diese Art von Musik. Das Einzige, was ich vielleicht dazu sagen kann, ja, war dieses Mal auf jeden Fall ein bisschen besser im Takt und ein bisschen besser im Flow, falls man das so sagen kann. Aber da ich allgemein den Song einfach nicht ansprechend finde, so brauche ich jetzt nicht irgendwie was erfinden, damit es netter oder cooler klingt so. Naja, wie dem auch sei, noch einen schönen Abend für euch. Und wenn ihr nichts zu tun habt, dann schaut doch bitte mein letztes Video an, die Mario Kart Trink Challenge, die ich vor ein paar Stunden hochgeladen habe. Ich glaube, die ist unterhaltsamer als den hundertsten Song zu hören, der gleich klingt momentan. Und wenn ihr mehr Star-Auftritte von Fakt sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert diesen Kanal. Das ist noch nicht scharf. Na klar ist das scharf. Was ist das denn scharf? Ich scharf ja jetzt nicht. Alter, was ist das denn mit ihr? Schmutz. Immer noch kein Rapper. Tschau, tschau, tschau. Mich aus meinem Bild? Ja, warte. Mensch Digga, du bist dick aber nicht so dick. Das hat ja auch ein bisschen weh, oder? Echt? Mein Mund war so leicht geöffnet, hast du es nicht gehört? Das war meine Zunge, die auf meine Zähne klatschte. So völlig unerwartet.